Alles auf Schiene Manchmal im Leben läuft es einfach wie am Schnürchen. Die Dinge fallen uns geradewegs in den Schoß und alles geht uns leicht von der Hand. Wir spüren dann ganz intuitiv, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Wenn größere Veränderungen anstehen, gibt es aber gleich noch ein paar andere Hinweise darauf, dass du den richtigen Kurs eingeschlagen und geradewegs auf der Ziellinie dorthin bist, wo du schon immer sein wolltest. Das Schöne am Leben ist, unserer Bestimmung entkommen wir nicht. Jene Menschen, Jobs oder Dinge, die für uns bestimmt sind, werden uns auch erreichen. Es wäre daher eigentlich schon in Ordnung, sich einfach zurückzulehnen und abzuwarten, was das Schicksal für uns so bereithält. Manchmal dauert es länger, bis unsere Gebete erhört werden und unsere Bestellungen beim Universum eingelangt sind. Alle unsere Wünsche werden sich niemals erfüllen. Manche davon wären einfach nicht gut für uns. Wenn du bereits aktiv geworden und selbst Schritte für deine Zukunft gesetzt hast, erkennst du an den folgenden sieben Zeichen, die wir dir in unserem heutigen Video vorstellen, dass es definitiv die richtigen Entscheidungen waren. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1 Es wird härter als je zuvor für dich Manche Stürme fegen nicht durch unser Leben, um Dinge zu zerstören. Sie kommen, um uns den Weg freizuräumen. Wenn du an einem Punkt in deinem Leben angelangt bist, wo es schlimmer nicht mehr sein könnte, sei ganz beruhigt und warte ab. Du hast die sprichwörtliche Talsohle erreicht, von wo an es nur mehr aufwärts gehen kann. Wir brauchen solche destruktiven Erfahrungen, um uns von Menschen, Jobs oder Umständen zu verabschieden, die uns eigentlich noch nie wirklich gut getan haben, die wir aber aus Bequemlichkeit und einem Mangel an Alternativen einfach in unserem Leben belassen haben. Die wirklich, wirklich wichtigen Lektionen lernen wir leider nur auf die harte Tour. Das ist zutiefst menschlich und von Zeit zu Zeit einfach nötig. Auch manche Menschen treten nur für den einen Zweck in unser Leben, um es wie einen Cocktail-Checker gehörig durcheinander zu wirbeln und nach dem Anrichten des größtmöglichen Schadens wieder von dannen zu ziehen. Diese Leute sind wichtig für uns. Sie zwingen uns, aus unserer Komfortzone auszubrechen und Neuland zu betreten. Ohne diese sogenannten Zerstörer könnten wir niemals Neues beginnen. Nummer 2 Deine Gedanken kommen zur Ruhe Dein Mindset entspannt sich und dreht sich nicht länger im Kreis? Hervorragend! Unsere Intuition weiß bekanntlich alles, auch wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. Das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, lässt auch unser immerwährendes Kopfkino endlich zur Ruhe kommen. Ein Grund für diese plötzliche Entspannung könnte die Tatsache sein, dass jemand anders gerade die Kontrolle für uns übernommen hat. Unser Leben findet immer dann auf der Überholspur statt, wenn höhere Mächte vorübergehend die Zügel in ihr Hand nehmen. Diese Vorstellung ist in keinster Weise erschreckend, im Gegenteil. Wir lehnen uns dann sprichwörtlich zurück und lassen andere einfach ihren kosmischen Job erledigen. Unser Verstand genießt es in tiefen Zügen, einmal die Arbeit abgeben zu können und auf Autopilot zu operieren. Vertraue Deiner Intuition auch weiterhin. Sie wird Dir zu verstehen geben, wann wieder Aktionismus angesagt und die Zeit des süßen Nichtstuns vorbei ist. Nummer 3 Du denkst mehr an die Zukunft als an die Vergangenheit Wenn Du Dir nun allerdings Gedanken machst, drehen sich diese wesentlich häufiger um die Zukunft als um die Vergangenheit. Du schmiedest Pläne, malst sie die nächsten Stationen Deines Lebens in bunten Farben aus und siehst Dich am Ziel Deiner Wünsche. Je konkreter Du dieses gedankliche Manifestieren praktizierst, desto leichter fällt Dir dann die Umsetzung. Denke immer daran, alles, was wir uns vorstellen können, ist auch machbar. Nummer 4 Deine Lebensmenschen zeigen sich Egal ob langjährige Weggefährten, mit denen Du immer schon durch dick und dünn gehen konntest oder interessante neue Bekanntschaften Wenn Du auf der Straße des Lebens gerade richtig abgebogen bist, tauchen an allen Ecken menschliche Meilensteine auf, die Dir mit ihrer Anwesenheit, ihrer tatkräftigen Unterstützung oder mit aufmunternden Worten bestätigen, dass die Richtung stimmt. Du wirst neue Mentoren kennenlernen, die Dich ein Stück weit begleiten und fördern können. Du unterhältst Dich vielleicht zum ersten Mal mit neuen Nachbarn, die wieder ein Puzzleteil zu Deiner aktuellen Situation beisteuern können. Sei versichert, dass Du die richtigen Leute immer zum richtigen Zeitpunkt triffst. Nummer 5 Die Zeichen sind nicht zu übersehen Es mag einfach nur die selektive Wahrnehmung sein, die uns gelegentlich einen Streich spielt. Dennoch ist es schon bemerkenswert, dass wir plötzlich ständig mit der Nase auf unser neues Vorhaben gestoßen werden. Orte, Menschen, Arbeitsbereiche oder bestimmte Themen poppen ständig vor unserem Blickfeld auf, als ob das Universum uns jedes Mal zuzwinkern und sagen würde, passt schon, weiter so. Nummer 6 Du fühlst Dich mit Dir im Reinen Seelenfrieden pur durchströmt Deinen Körper. Alle Deine Sinne registrieren die positive Veränderung bereits, die in Deinem Leben stattfinden wird. Vielleicht war es auch einfach nur eine längst überfällige Entscheidung, die Du endlich getroffen hast. Es war jedenfalls die richtige, wenn sie Dich seelisch in Balance bringt und Dich nachts ruhig und ruhiger schlafen lässt. Wenn Du an einem Punkt angelangt bist, wo Du keinerlei Verbesserungsmöglichkeiten oder Optimierungsbedarf für Dich ortest, Du mit der Welt und Dir selbst vor allem sehr zufrieden bist und Du mit bestem Gewissen die Seele baumeln lassen kannst, ist Deine Zukunft auf Schiene und totale Entspannung angesagt. Genieße sie, Du hast sie Dir verdient. Nummer 7 Es läuft einfach alles wie am Schnürchen. Wenn es läuft, dann läuft es einfach. Die Dinge, die Dir im wahrsten Sinne des Wortes zufallen sollen, werden das auch mit Sicherheit. Eines fügt sich harmonisch zum anderen und vor Deinem geistigen Auge entsteht langsam, aber sicher das Gesamtbild, auf das Du vielleicht schon so lange hingearbeitet hast. Es ergeben sich perfekte Gelegenheiten, Du triffst die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt und manche verzwickten Umstände lösen sich plötzlich in Luft und Wohlgefallen auf. Genieße diesen Schwung und hole das Bestmögliche für Dich dabei heraus. Das Rad der Zeit steht dann irgendwann auch wieder still. Dann kannst Du die neue Perspektive einfach nur genießen und Dich am Lohn Deiner Mühen erfreuen. Unser heutiges Fazit Alle Wege führen nach Rom. Oder noch besser, alle Lebensziele, die Dir bestimmt und für Dich reserviert sind, wirst Du erreichen. Es mag sich der eine oder andere Umweg ergeben, aber diese erhöhen ja bekanntlich nur die Ortskenntnis und sorgen für so manche nützliche Erfahrung, die man ganz nebenbei noch mit auf den Weg nehmen kann. So exakt, wie die sieben Zeichen für den richtigen Weg funktionieren, so exakt kannst Du übrigens auch den Umkehrschluss daraus ziehen. Wenn es hakt, quietscht, knarrt und einfach nicht in die Gänge kommen will, lass es gut sein. Das gilt wiederum für Beziehungen, Jobs, Freundschaften oder andere Dinge, die einfach nicht sein sollen. Sobald es mühsam wird und mit Aufwand verbunden ist, steht es nicht auf Deiner karmischen Agenda. Vertraue den höheren Mächten. Sie meinen es ausschließlich gut mit uns, auch wenn es dafür manchmal zuerst ein wenig schwer werden muss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen! Vielen Dank fürs Zusehen!